Der Künstler hat natürlich bei uns hier auch die Gelegenheit, beziehungsweise demnächst in deiner eigenen Show auch mal eben zu zeigen, was er kann. Und das machen wir uns als erstes. Wir hören uns an Kurt Hoffmann, Dean Martin alias Kurt Hoffmann. Mit welchem Song? Was präsentierst du uns? Das, denke ich, bekannteste Lied von Dean Martin, obwohl er weit über 500 Titel aufgenommen hat, ist nach wie vor Everybody Loves Somebody Sometime und das würde ich dann jetzt einfach mal singen. Normal hole ich mir dann immer, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ich beziehe das Publikum immer gerne mit ein. Bei dem Song, das ist so absolut das Highlight der Show, hole ich mir dann immer die Damen gerne mit nach vorn, die nichts anderes zu tun haben, um mich dann die höchste, größte Motivation dann halt abzurufen bei mir, dass die mich anhämmeln. Und das klappt meist sehr gut und dementsprechend klingt das lieb dann auch. Das fehlt heute hier so ein bisschen, aber trotzdem gebe ich natürlich auch hier fürs Publikum das Beste. Kurt gibt alles, wir hören rein. Dean Martin mit Everybody Loves Somebody Sometime. Genau. Und das in meinem Jahrgang. Los geht's. Everybody Loves Somebody Sometime Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me My sometime is now Everybody find somebody someplace Everybody find somebody someplace Everybody find somebody someplace There's no telling where love may appear Something in my heart keeps saying My someplace is here If I had in my power If I had in my power I will ring for every girl I will ring for every girl to have your charm Then every minute Then every minute, every hour Every minute, every hour Every boy will find what I found in your heart Everybody loves somebody Everybody loves somebody sometimes And both of my dreams And both of my dreams Was I with you Your love Your love Your love And both of my love Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020